Ich bin Euren hier von Funblock und willkommen zum weiteren Vlog. Wir sind heute mal aus einer kleineren Chemies unterwegs in Bock um Hilfe. Ja, da steht nicht viel. Neben uns ist es so heute so ein kleiner Platz. Wir werden jetzt gleich mal drauf gehen und dann werden wir gucken was so. Alles so steht. Bis später. There's a distance between us It's getting hard to reach out Haven't seen you in seasons But all I hear is your voice I know my limits You can break me down but I will stay till the finish line And I've been counting minutes For quite some time now Just to see you again And I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again I've done a ride I've done a ride Behind me is the music shop from Rush So gesehen stehen hier gleich drei Großteil Geschäfte Einmal der so musikische Frasch, da wo ich gerade drin war Dann steht hier in der Mitte noch ein kleines Kindercoaster Ja und genau so gesehen gegenüber von Rush steht sofort der Autoscooter Nummer eins von ISTEN Ja und da hinten steht noch die Hollywood Schalke oder das Fliegen von Das müsste der Twister von Deinart sein Ja dann viel mehr gibt es jetzt auch nicht hier Ich merke jetzt noch ein paar Aufnahmen und werde mich dann gleich nochmal melden Ja und dann so gesehen Währenddurch steht sofort der Twister von Deinart Ja und dann steht sofort der WD-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D- We got millions of reasons To let it all go Hope we're not too broken I know I'm not always strong And I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting So, it's wet from above So it's time to get out of the greatest Kirmes that we have now visited It's a small Kirmes in Bochum Höfe It's only from 1.4.4.4.4.4.5 Also, hopefully If I'm not fast enough You will see the car And have the car last time But, so far viel steht hier nicht hier steht nur der autoscooter nummer eins von isken dann steht hier der twister von dynard und der musikshop rush und in der mittel steht ein autoscooter ja und das war's dann und dann will ich mal sagen wie euch das heute gefallen hat und dann lasst mir ein abo da tschüss bis zum nächsten mal